Peace Leute, was geht ab? Mein Name ist Armando, das ist mein Neffe Toni, also ich bin sein Onkel, ja und zwar Leute, wir machen heute eine Challenge, aber warte noch, ich muss euch etwas sagen, vergisst nicht die Glocke zu aktivieren und mich abonnieren und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was wir so tun, was wir machen können beim nächsten Video, ja und zwar Leute. Und auf dem Account, auf diesem YouTube Kanal, heiße ich Daniel Wannisch, also abonniert mich und 5000 Likes bitte und wir sehen uns gleich dann nach unten.